Endlich ist es soweit und morgen kommt bereits Modern Warfare 2. Wir haben jetzt wirklich über Monate hinweg hingefiebert, dass endlich dieses Spiel rauskommt und heute gibt es nochmal alle Tipps, wie du dich perfekt auf Modern Warfare 2 vorbereiten kannst. Es gibt so viele Dinge, die man bereits im Voraus tun kann, wie zum Beispiel Einstellungen, die bereits im Multiplayer übernommen werden. Es gibt Pre-Draw-Termine, Release-Termine und wirklich alles, was zum Release wissen musst. Natürlich wie immer im Video bei deinem Switchi. An der Stelle auch nochmal eine Werbung für meinen Partner Holy Energy und zwar gibt es den neuen Piranha Pomegranate, also Granat-Apfel-Piranha und wer noch Energy-Booster braucht für den Release von Call of Duty Modern Warfare 2, wer so richtig reinsuchten will, für den ist genau das der richtige Booster. Gerne mal in der Beschreibung vorbeischauen, es gibt auch ein neues Gewinnspiel bei Holy. Es gibt so viel Kram, den die Jungs gerade auf die Beine gestellt haben, also wirklich mal bei Holy vorbeischauen. Gibt auch einen Rabattcode natürlich. Mit Switchi 5 spart ihr 5 Euro Rabatt auf eure Erstbestellung und natürlich mit dem Code SWISHI 10% auf eure gesamte Bestellung. Also gerne vorbeischauen bei Holy, checkt das Ganze mal ab. Den ersten Tipp, den die meisten bereits vermutlich schon gemacht haben und zwar ist der Pre-Load von Modern Warfare 2. Auf der Xbox ist der Pre-Load bereits seit dem 19. Oktober möglich, auf der Playstation seit dem 20.10. und auf dem PC ist seit gestern, den 26.10. auch der Pre-Load des vollständigen Spiels verfügbar, sowohl bei Steam als auch beim Battle.net. Ladet das Game bereits jetzt schon runter, damit ihr bereits zu den offiziellen Launch-Terminen sofort loslegen könnt und nicht erst runterladen müsst. Gerade für Leute mit langsameren Leitungen ist das Ganze wirklich ein großer Pluspunkt. Die Launch-Termine-Release-Termine sind an der Stelle auch ein guter Stichpunkt, zu denen kommen wir nämlich nun als nächstes. Auf allen Plattformen geht's los am Freitag, den 28.10. aber laut der aktuellen Grafik von Activision Blizzard ist der Global Launch erst um 6 Uhr morgens und nicht wie viele bereits vermuteten, bereits um 0 Uhr. Das soll wohl für alle Plattformen gelten, sowohl für PC, Playstation und auch die Xbox-Konsolen. Man munkelt bereits jetzt schon, dass eventuell mit der Konsole auf Neuseeland stellen, das bereits früh auf der Xbox möglich sein soll, beziehungsweise generell auf Konsolen vielleicht bereits ab 0 Uhr. Fakt ist jedenfalls, so sind erstmal die offiziellen Release-Termine und für den PC ist das definitiv erst ab 06 Uhr morgens, ab Freitag, den 28.10. Ein weiterer sehr wichtiger Tipp ist, ich habe bereits dazu ein Video gemacht und da kommt nochmal ein spezielles Video morgens zu, ihr könnt bereits jetzt eure Multiplayer-Einstellungen vornehmen. Bevor das Gamework draußen ist, könnt ihr alles einstellen. Das funktioniert nämlich ganz einfach, indem ihr den Singleplayer-beziehungsweise Kampagnen-Early-Access startet und dort in die Einstellungen geht. Alles, was ihr in Richtung Tastatur-beziehungsweise Controllereinstellungen ändert, FOV, Grafikeinstellungen und Co. wird in der Vollversion von Modern Warfare 2 sofort übernommen und ihr könnt direkt mit eurem besten Settings ein Spiel starten. Fakt ist jedenfalls, ihr müsst das Ganze vorbestellt haben, bereits die Kampagnen-Early-Access zu haben und eure Einstellungen vornehmen zu können. Habt ihr das Ganze physisch vorbestellt, also eben als Disk-Version, dann ist das Ganze eben nicht möglich bei euch, sondern es gilt eben nur für die Versionen, die online vorbestellt wurden, als Digital-Version. An der Stelle kann ich ja wirklich nochmal raten, es wird hier auf diesem Kanal so abgehen, was Call of Duty Modern Warfare 2 betrifft, es wird Guides geben, es wird Tipps und Tricks-Videos geben, ich werde euch wirklich so zufluten mit Videos zu diesem Spiel, also gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren, ihr werdet es wirklich nicht bereuen. Ihr könnt mir auch gerne mal bei Twitch folgen, twitch.tv-swishytime, dort gibt es eben meine Livestreams zu Call of Duty Modern Warfare 2, wir werden bereits ab Freitag so gegen 11, 12 Uhr rein starten und werden dann richtig in das Game reingrinden. Schreibt gerne mal deine Meinung in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Ansonsten kann ich nur wünschen, happy Release Day, wir sehen uns morgen zu Call of Duty Modern Warfare 2.